Hau mal die Wolle halt da mit dazu. Aber ich glaube ernsthaft, das ist ja zu kalt. In unserer Gegend, dass die so freiwillig wachsen, ne? Ja. Ja, das kann gut sein, ja. Oh, das wäre echt kacke. Ja. Ein Grund, sich nicht allzu lange hier aufzuhalten. Definitiv, definitiv. Ah, ich brauchte nur, naja, genau. Japanischer Ahornsirup wächst da. Achso, jetzt mal hier mein Sitzlinge. Mal gucken, was da passiert. Gut, du bist so süß, ich will dich haben. Danke, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja. Ach man. Da wird alles jetzt wieder dunkel wird, renne ich mal wieder zurück zum Bett. Mach das. Ach, Quatsch. Tack. Äh, so. Oh Gott, ich hab ne zweite Truhe, endlich. Jetzt erst. Hups. 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 Oh, ich hab nur noch 13% Handy-Apo. Oh nein. Oh doch, und vier. Wie viel? 13. Oh, na dann. Dann mal zack, aufladen. Schon dabei, schon dabei. Upi. Ja. So, husch husch, ab ins Bettchen. Ja, ich stell schon daneben. Da ist auch noch nichts gewachsen. Und jetzt mal π Also, ouch, ouch. tut er nicht weh mir tut irgendwas weh ich habe aber keine ahnung was es ist ok nicht über die pflanze das erschütter schwarzes haasi bitte ich muss euch alle einfangen alle sie alle haben der wald kommt erst dahin und was bist du sag ich nicht eine kuh mit kaktustöpfen an den seiten ja das kennt man das ist aber brutal am lecken gerade bei mir echt bei mir überhaupt nicht oh ja man sieht glaube ich hat das ja ein größer und sagen was natürlich gesagt kann das haben wir einfach zu weit auseinander sind dann hat er auch stellenweise probleme weil das so viel dann laden muss ja deswegen habe ich ja extra größeren genommen und dass der auch mehr ram hat also er ist schon eigentlich ganz gut und wie gesagt bei mir läuft ja alles flüssig könnte allerdings noch mal in deine richtung kommen ja mal sehen ob das dann bei mir auch leckt das könnte ich tun das ist gerade echt hart ja ich sehe das bei dir wirklich gerade das ist echt cheater ja ich sehe das nicht das hat es auch nicht besser gemacht das ist gerade eben lief das noch echt super warte mal ich komme zu dir wie viel haben wir 28 birkenholz ja halt ein moment ein speciales na hallo ouch 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 ich habe mich vergiftet ja nein ich weiß noch nicht mal an was weil ich sehe nix naja das ist cheater so ich hoffe einfach mal das reicht dann gleich wenn ich den hier habe das ist ja echt max gewürzig ja vor allem das ist ja echt übel mit den lecks ja aber ich glaube damit komme ich vorne und hinten nicht weiter aber ich behalte es jetzt mal und lauf mal wieder zurück richtung dorf halt ich habe ja meinen eimer dabei dann gehe ich noch mal kurz zum lavasee mal guck dass ich da lava holen kann ach das hart wobei ich glaube das ist eine scheißidee im moment zum lavasee zu gehen um lava zu holen äh ja irgendwie schon so mit den lecks ist das echt äh ist ein bisschen doof ja ist nicht gerade wirklich zu empfehlen ich komme mal zu dir ich bin mal gespannt ob ich auch solche lecks habe oh gott das war nur eins tief gott sei dank ich muss aber erstmal auf einen hohen punkt und mich erstmal orientieren wo ich überhaupt landen muss okay da glaube ich oh gott oh gott ich muss das essen ganz ganz sex wir sterben nein oh zum glück oh danke gesundheit oh man jetzt reicht's aber ich bin unterwegs hey hallo Oli, 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 oli. Oli. Hä? Ich hab's geschafft Lava zu holen, ohne zu abzufackeln. Das ist sehr gut. Ich bin voll stolz auf dich. Ich bin auch voll stolz auf mich. Ja, kann's auch sein. Ich bin nicht gestorben. Ja. So, da oben ist die Schleiminsel. Die baut sich aber auch grad mega langsam auf. Die Lecks werden weniger. Vielleicht lag es auch nur an der Region. Ich war da vorher schon und da war es komplett lagfrei. Okay. Also auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder fast bei dir. Glaub ich. Wenn ich richtig gehe. Ich muss unbedingt mal noch zur Schleiminsel hoch. Ach komm, wo wir schon hier sind. Der Setzling ist noch nicht gewachsen. Oh. Eine kleine Nacktschnücke. Bleib hier, gib mir deinen Schleim. Lacht. Die gibt keine Schleimwelle, okay. Aber jetzt ist schon wieder deutlich angenehmer. Ah, da. Da wohnst du. Ich weiß ja, wo dein Haus wohnt. Ne, 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 ne. Das ist, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir gar nicht so weit entfernt. Bist du wenigstens noch mein Nachbar. Oh. Ja, bin ich. Hallo, Empty. Und ich werde dieses Holz definitiv nur für den Boden benutzen, weil ich habe da so hart keinen Bock drauf, nochmal irgendwie da zehnmal hin und her zu rennen, weil die scheiß Setzlinge hier nicht wachsen. Ach das. Ach das. Warum auch immer die hier nicht wachsen. Ach, toll. Wegen acht Blöcken jetzt. Willst du mich verarschen? Mhm. Wegen. 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 Das sind genau die acht, die mir fehlen. Wegen. So. Zwei Stückchen. Hier. Eins, zwei. Dreimal Eklodid. Zwei Stückchen hier. Eins, zwei. Dreimal Eklodid. So. Zwei Stückchen hier. So. Damit haben wir schonmal zwei Lagen Lava im Ding. Lava Lava Lava. Find ich gut. Huh! Wir sehen uns beim nächsten Mal.